Wenn man in das Haus reinkommt, ist das schon so sehr offen, sehr clean, sehr neu. Wow! Das Allerwichtigste war für mich, dass relativ schnell Vertrauen entsteht. Und es war wirklich nett. Ich möchte im ersten Moment das Gefühl haben, da kann sich drauf verlassen. Das wird gut laufen und das war bei dieser Bank relativ schnell der Fall. Aber für uns ist es einfach der Traum und den konnten wir uns verwirklichen und da sind wir auch heute noch sehr dankbar.